Daniel Kübelbergs Fans sind aufgeregt. Neue Videos tauchen auf seinem Instagram-Profil auf. Am 9. September, seinem sechsten Todestag, werden drei neue Videos veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigen ihn in verschiedenen Situationen. Beim Theater, im Bett und beim Singen. Viele fragen sich nun, wer diese Videos postet und welche Absichten dahinter stecken. Seit seinem mysteriösen Verschwinden im Jahr 2018 gibt es Gerüchte über sein Weiterleben. Damals soll er von einem Kreuzfahrtschiff ins Meer gesprungen sein und gilt seitdem als vermisst. Einige Stimmen behaupten, er lebe noch und habe als Frau ein neues Leben begonnen. Diese Spekulationen werden durch ein Foto befeuert, das Daniel als Lana in Grönland zeigen soll. Es gibt jedoch keine Belege für diese Theorie und der Fall ist behördlich abgeschlossen. Die neuen Videos wecken trotzdem die Hoffnung vieler Fans, dass er noch lebt. Neben freudigen Reaktionen gibt es auch skeptische Stimmen in den sozialen Medien. Ein verärgerter Nutzer schrieb, wie abartig muss man sein, unter dem Namen eines Vermissten so etwas zu posten. Der Lana-Kaiser-Account antwortete darauf, dies ist eine Seite, die der Erinnerung dient. Unklar bleibt, wer tatsächlich hinter dem Profil steckt, da es kein Impressum gibt. Daniel Kübelböck war für seine unkonventionelle Art und vielfältigen Interessen bekannt. Durch Deutschland sucht den Superstar wurde er berühmt und überraschte mit seinem bunten Lebensstil. Seine öffentlichen Auftritte waren oft provokant, doch er gewann viele Herzen durch seine Offenheit. Die Fans schätzten seine einzigartigen Eigenschaften und vermissen seinen Charme. Auch nach seinem Verschwinden bleibt seine Fangemeinde ihm treu. Sie hoffen weiterhin, dass er möglicherweise irgendwo zurückgezogen und in Frieden lebt.